Hallo Lena, du liebst guten Kaffee, guten Service und schnelle Motorräder. Die Elektromotorräder von Volta Superbikes sind besonders schnell. Dank Social Media ist auch dein Weg zu Volta sehr kurz. Gefällt dir? Auf der Website von Volta registrierst du dich für den Fanclub. Einen Online-Konfigurator gibt's auch. Grün ist super. Wie weit man wohl mit einer Batterieladung kommt? Im Live-Chat bekommst du sofort Antwort. Danke, Sergio. Höchste Zeit für eine Probefahrt. Wow, der Termin ist super schnell bestätigt. Auch die Volta-App hast du schnell installiert. Echt toll, dieser Service. Nur noch einmal schlafen bis zur Testfahrt. Heute ist es soweit. Die Filiale von Volta ist schnell gefunden. Vicky, die Verkäuferin, hat schon alles vorbereitet. Plötzlich vibriert dein Smartphone. Wow, was für eine Überraschung. Und los geht die Testfahrt. Super Bike, super Service, super Testfahrt. Gekauft. Für den Vertrag scannt Vicky schnell deine Visitenkarte. Und Volt gehört dir. Was für ein schöner Tag. Was für ein guter Service. Danke, Volta Super Bike. So geht Kundennähe. Ein gutes CRM ist im Hintergrund still wie ein Butler. Und verblüfft den Kunden im entscheidenden Moment mit aller Intelligenz und Mehrwert. Und verblüfft den Kunden im Hintergrund still wie ein Gespräch.